Hallo meine Wolfis zu einem neuen kleinen Video auf meinem Kanal und heute machen wir noch mal ein Top Video oder einfach ein 10 Arten Video und zwar passend zum Thema, was gerade auf GOMMA wieder los ist und zwar 10 Arten von GOMMAHT.NET Bewerbern. Leider kann ich euch keine Screenshots von der jeweiligen Art vorlegen, da es zu einigen dieser Arten mir nicht möglich war Screenshots zu ergattern und dann habe ich mir überlegt, damit nicht ein paar Screenshots haben und ein paar nicht, werden wir das komplett ohne diese Screenshots machen, aber diese Arten dürften auch den Leuten zumindest bekannt sein, die hin und wieder mal in das Forum schauen, während oder kurz nach einer Bewerbungsphase, also die sind durchaus auch bekannt. Unsere erste Art ist der Frager. Der Frager ist die Art von User oder Bewerber, der komplett das rund ums Jahr immer fragt, wann ist die nächste Bewerbungsphase, wann kann ich mich bewerben, wo kann ich mich bewerben und während einer Bewerbungsphase gibt es ein Mindestalter? Wann endet die Bewerbungsphase? Muss man Teamspeak haben? Also kurz gesagt, die Leute, die die Anforderungen nicht lesen oder generell nicht lesen, wann Bewerbungsphasen starten, wann sie enden, was die Bedingungen und die Anforderungen dazu sind. Also derjenige, der nicht liest und alles hinterfragt. Dann haben wir den Nichtgönner. Der Nichtgönner ist die Art von User, die, wenn die Leute dann eingestellt wurden, also nach dieser Bewerbungsphase und nach dem ganzen, was im Anschluss folgt, den Leuten, die letzten Endes diese ganze Prozedur überstanden haben und als Test-Supporter eingestellt werden, denen es einfach nicht gegönnt wird. Diese Art von User verfasst dann Texte, mehr oder weniger Hate-Texte im Forum und versucht möglichst diese Personen schlecht dazustehen zu lassen, die es geschafft haben oder wieder aus dem Team zu gehen, durch unterschiedlichste Arten, irgendwelche Aufdeckungsaktionen von dem, was früher passiert ist oder irgendwelchen privaten Dingen. Als nächstes haben wir die Art von User, die besonders hoffnungsvoll oder besonders hoffnungslos an die Sache drangeht, die zum Beispiel sagt, ja, ich habe mich beworben, aber es bringt ja eh nichts. Oder, ja, ich habe mich beworben und ich werde auf jeden Fall, ey, das geht nicht anders, die müssen mich nehmen. Ich werde so hundertprozentig ins Team kommen. Die nächste Art ist eher was, was teamintern dann auftaucht oder was wir teamintern feststellen. Das sind entweder die Romanverfasser, also die Romanautoren oder die Zweisatzhelden. Was ich damit meine ist kurz, die Romanautoren sind die, die ihre Bewerbung ellenlang verfassen und die Zweisatzhelden, sind die, die zu jedem möglichen Feld, wo man einen Text eintragen kann, nur ein bis zwei Sätze hinschreiben. Beides kann sowohl positiv als auch negativ sein. Zu viel Text hat meiner Meinung nach, und ich habe keinen Einblick in die Bewerbungen, aber das ist das, was durchaus dann auch beim Rest des Teams ankommt. Wer zu viel schreibt, wird sich nicht unbedingt gerne durchgelesen, weil es halt zu viel ist. Und wer zu wenig schreibt, der lässt vielleicht nicht das in diesem Text durchblicken, was gewünscht ist. Also versucht immer ein gutes Mittelmaß zu schreiben. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Als nächstes haben wir die, oh mein Gott, mein Name ist falsch oder Himmel. Ich habe das falsche Geburtsdatum eingetragen. Eigentlich bin ich gar nicht zehn. Eigentlich bin ich 15. Ja, diese Leute tauchen vorwiegend dann in den Profilen, der die Mitglieder auf, wo man dann darum gebeten wird, doch bitte noch schnellstmöglich das Alter oder den Namen zu ändern. Den Namen könnt ihr ganz einfach ändern, indem ihr euch neu verifiziert. Und das Alter gibt doch einfach von Anfang an das richtige Alter ein. Das kann doch nicht so schwierig sein, beim Registrieren im Forum auf das richtige Alter zu achten. Oder sehe ich das falsch? Eine sehr nervige Art, die häufig dann in der Community einem begegnet, ist die Art, wurden schon Leute angeschrieben? Sind schon Leute angenommen? Hat es der und der geschafft? Die Leute, die einfach tierisch ungeduldig sind. Habt ihr denn schon durchgelesen? Und wem war meins? Ja. Die nerven ein wenig, weil sie zum Beispiel dann, wenn man supportet in der Community und andauernd diese Fragen kommen, obwohl es andere, wichtigere Fragen gäbe, die man lieber beantworten würde, weil sie in dem Fall halt vielleicht wichtiger sind für diesen User, als es unbedingt zu erfahren, ob man schon die Bewerbung gelesen hat, kommen dann dagegen nicht an, weil eine Eigenart dieser Leute ist es auch noch zu spammen, wodurch dann andere Fragen leider untergehen. Meine liebste Art ist die Art. Meine liebste Art sind die Stillen. Die Stillen schreiben ihre Bewerbung, schreiben vielleicht noch unter den Ankündigungs-Threads, viel Erfolg, und sind dann ruhig. Sie fragen nicht nach, sie prahlen nicht, dass sie sich beworben haben, sie plaudern nichts raus, sie bewerben sich einfach, und damit hat sich's. Das Gegenteil dazu sind die, die alles öffentlich machen, die teilweise dann sogar ihre Bewerbung öffentlich stellen, die sofort raus posaunen, wenn sie angeschrieben wurden, die versuchen, ihre Ergebnisse zum Beispiel von dem EMA-System direkt öffentlich machen. Ja, also das komplette Gegenteil der Stillen. Kurz am Rande, diese Variante ist meistens dann doch die, die am lautesten schreit hinterher, wenn sie keine Rückmeldung erhalten, obwohl es auch in der Bewerbung drin steht, dass, wenn man abgelehnt wurde, keine Rückmeldung erhält. Eine sehr häufig auftretende Art ist die Art der plötzlich Aktiven. Rund ums Jahr sieht und hört man sie kaum, und kaum wird eine Bewerbungsphase eingeläutet, werden von ihnen plötzlich ganz viele Leute reportet, oder sie supporten im Forum, sie supporten in-game, und sind plötzlich ganz aktiv und versuchen dann aufzufallen. Das Blöde an der Sache, in der Bewerbungsphase wird eher weniger darauf geachtet, ob die Leute aktiv sind, sondern es wird auch geachtet, was für eine Bewerbung sie schreiben, wie sie im EMA-System abschneiden und wie das Gespräch hinterher läuft. Also wer plötzlich in einer Bewerbungsphase aktiv wird, das bringt eher weniger. Rund ums Jahr aktiv zu sein, wenn keine Bewerbungsphase startet hingegen, das bringt sehr wohl was und kann eventuell dazu führen, dass man angeschrieben wird und gefragt wird, ob man denn dem Team beitreten möchte. Kann, muss aber auch nicht der Fall sein. Die schlimmste aller Arten ist der Hate. Also der Hater. Der Hater ist natürlich auch außerhalb der Bewerbungsphasen da, aber in der Bewerbungsphase fängt der Hater dann meistens an mit, ja, wer will denn schon auf diesem scheiß Server ins Team? Oder andere Aussagen, die nicht unbedingt prickelnd sind, oder die sogar Leute, die sich gerade beworben haben, verletzen können. Oder halt das Team verletzen können oder soll. Diese Art ist die Art, die ich am allerwenigsten leiden kann, neben ein, zwei weiteren. Aber gegen die kann man leider nicht wirklich was tun. Die sind immer da und man muss sie einfach ignorieren. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video mit den 10 Arten von gommahd.net Bewerbern oder Leuten usern in Bewerbungsphasen. Denn, ich weiß nicht, die Hater bewerben sich zwischendurch auch, einfach nur um zu gucken, wie leicht es ist, ins Team zu kommen. Also passt das mit den Bewerbern doch sehr gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch noch weitere Arten einfallen, könnt ihr sie gerne noch unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht könnte ich dann sogar noch einen zweiten Teil daraus machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst euch vielleicht ein Like oder ein ein Abo da. Ein Abo da. Das klingt ein bisschen wie Abo da. Egal. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüüüüüüüüss.